Estefania Wollny, Trennung von Freund Ali? Es bestehen keine Zweifel mehr. Estefania Wollny schwebt mit Freund Ali auf Wolke 7. Oder etwa doch nicht? Denn die Hinweise verdichten sich, dass der Wollny-Sprassling nicht mehr mit ihrem Liebsten zusammen ist. In der Vergangenheit zeigte sich Estefania Wollny immer wieder glücklich an der Seite ihres Freundes Ali. Doch bereits im vergangenen Jahr gab es mehrfach Gerüchte darüber, dass die 21-Jährige und ihr Liebster längst getrennt sind. Und dieser Verdacht scheint auch im neuen Jahr den TV-Star weiter hartnäckig zu verfolgen. Estefania Wollny, ist sie längst von Freund Ali getrennt? Gründe für diese Spekulationen gibt es viele. Denn Estefania Wollny zeigt sich eigentlich gerne auf der Social-Media-Plattform Instagram und teilt dort Outfits, Gesangsvideos oder süße Familienschnappschüsse mit ihren Fans. Doch Freund Ali sucht man auf ihrer Seite vergebens. Vor einiger Zeit entfernte sie sogar alle gemeinsamen Fotos mit ihrem Liebsten. Das entging auch ihren Followern nicht, und die scheinen seither in großer Sorge zu sein. Unter verschiedenen Posts von Estefania Wollny schreiben sie Kommentare wie ist sie nicht mehr mit Ali zusammen? Oder ist sie noch mit ihrem Freund zusammen? Außerdem verrät ihr Instagram-Account ein weiteres vielsagendes Detail, ein Blick in die Liste der Personen, denen sie folgt, erhärtet den Verdacht einer Trennung. Denn Estefania Wollny folgt ihrem Freund nicht mehr auf der Social-Media-Plattform, während Mama Silvia Wollny ihn weiterhin abonniert hat. Will Estefania Wollny ihre Beziehung nur aus der Öffentlichkeit heraushalten oder ist die ehemalige Deutschland-Such den Superstar-Kandidatin schon längst nicht mehr mit Ali zusammen? Momentan vollkommen unklar.